Design, Qualität und Eleganz. Das ist Möbelgoogler, Ihr freundliches Möbelhaus in Nahstetten. Seit 75 Jahren und nunmehr in der dritten Generation erfüllen wir Ihre Wohnträume. Wir bieten Ihnen hochwertige Möbel von renommierten Marken wie Nolte, Neff, Liva und von vielen mehr. Bei der großen Auswahl auf über 2000 Quadratmetern in ansprechender Atmosphäre finden Sie garantiert das Richtige. Einzigartige Küchen, die durch Funktionalität und edles Design begeistern. Polstermöbel, die einfach mehr können, in allen Farben und Formen, exklusiv für Sie zusammengestellt. Und natürlich Betten und Schlafzimmer, exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt für einen erholsamen Schlaf. Unsere Einrichtungs-Kofis beraten Sie gerne, persönlich und individuell. Damit steht Ihrem Traum von einer exklusiven und auf Sie zugeschnittenen Wohneinrichtung nichts im Wege. Auch bei Lieferung und Montage können Sie sich auf unser hauseigenes Schreinerteam verlassen. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Möbel-Googler – Ihr freundliches Möbelhaus in der Bahnhofstraße 4 in Nahstetten.